Hallo meine lieben YouTuber! Heute möchte ich euch gerne unseren Weihnachtsbaum zeigen. Und zwar fange ich mal von oben an mit der Baumspitze und gehe ich ganz langsam runter, dass ihr auch so einigermaßen sehen könnt, was so alles an unserem Bäumchen hängt. Also wir haben uns dieses Jahr, also meine Mama und ich, auf Rot geeinigt und so weiß, also Rot-Weiß und Gold von den Farben her. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen Silber mit drin, aber vorzugsweise schon Gold. Und ja, ich zeige es euch jetzt nochmal komplett im Ganzen. Die Kamera jetzt fokussiert, ja. Ja, also er ist diesmal nicht ganz so hoch, deswegen mussten wir ihn auf ein Podest stellen. Aber ich denke, er passt sehr gut hier bei uns ins Wohnzimmer rein. Ja, das war es dann auch schon für dieses Video. Wie gesagt, es sollte nur so eine kleine Inspiration sein. Und dann wünsche ich euch jetzt noch frohe Weihnachten und wir sehen uns. Tschüss! Musik 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 Musik